Moin Leute, Muitzi hier. Im heutigen Video geht es um die Twenty Bomb. Die Twenty Bomb ist aktuell eine der schwersten Plaketten, die man in Apex erreichen kann und aus diesem Grund möchte ich euch heute Tipps und Tricks dazu geben. Ihr solltet hierüber aber immer daran denken, dass es auch sehr auf verschiedene Faktoren ankommt und ihr durch dieses Video nicht direkt eine Twenty Bomb bekommen werdet, auch wenn ihr euch wirklich an all diese Tipps haltet. Es kommt nämlich abgesehen von der Erfahrung und dem Wissen, welches man mitbringt, extrem auf Glück, aber vor allem auch auf euren Skill an. Wenn ihr zum Beispiel noch relativ neu in Apex seid oder allgemein nicht ganz so gut seid und euer Kill Rekord angenommen mal bei nicht mal 15 liegt, dann wird es wohl eher nichts werden. Außerdem werdet ihr hierfür auch extremes Glück mit eurer Lobby benötigen, denn ihr werdet es nicht schaffen, wenn ihr nur gute Spieler in der Lobby habt, da sich die Gegner dort zu schnell gegenseitig töten werden. Ich werde das Video heute so gestalten, dass wir dort anfangen, wo auch eure Twenty Bomb anfängt und dort aufhören, wo auch eure Twenty Bomb endet, also passend zum Rundenverlauf. Wir beginnen zuerst mit den Sachen, die ihr vor der Runde beachten solltet und gehen dann durch den Rundenverlauf. Und ohne jetzt noch groß um den heißen Brei herum zu erzählen, würde ich sagen, beginnen wir jetzt auch direkt schon mit den Tipps und Tricks zur Twenty Bomb. Wie gesagt, beginnen wir damit, worauf ihr vor einer Runde achten solltet. Das Wichtigste hierbei ist wohl eure Teamstruktur. Ihr solltet möglichst versuchen, die Twenty Bomb mit zwei Teammates zu machen, die euch dabei voll und ganz unterstützen. Sie müssen dazu bereit sein, euch Kills zu lassen und darauf zu hören, was ihr ihnen sagt, also wie sie sich in gewissen Situationen verhalten sollen. Ihr könnt das Ganze rein theoretisch auch ohne feste Teammates versuchen, aber es ist eben deutlich schwerer als mit einem festen Team, da die Random Mates natürlich auch Kills machen werden und sie euch sicherlich auch ein paar Kills klauen werden. Für den Fall, dass ihr nur einen statt zwei feste Teammates zur Unterstützung habt, solltet ihr die Twenty Bomb lieber im Duo Modus anstatt im Trio Modus mit einem Random Mate probieren, da der Random Mate, wie eben schon erklärt, eben zu viele Kills machen wird. An sich empfehle ich euch, wenn ihr zwei feste Teammates habt, aber immer eher den Trio Modus, da die Gegner dort nicht ganz so schnell sterben, weswegen es nach meinen Erfahrungen im Trio Modus leichter ist. Weiterhin solltet ihr, bevor ihr auf die Twenty Bomb spielt, auf die Legende von euch und von euren Teammates achten. Hier kommt es natürlich aber auch ganz darauf an, ob ihr die Twenty Bomb auf irgendeiner bestimmten Legende haben wollt, denn wenn das so ist, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch mit derjenigen Legende tun. Wenn es aber nicht so ist und ihr es mit keiner bestimmten Legende haben wollt, dann empfehle ich euch dafür, eine Legende zu nehmen, mit der ihr gutes Movement habt und auch schnell vorankommt, wie zum Beispiel Octane, Pathfinder oder Valk. Eure Teammates sollten dann natürlich auch Legenden spielen, die euch supporten. Am besten ist es immer, einen Gebreiter dabei zu haben, der euch für den Fall, dass ihr mit Down geht, schnellstmöglich und sicher an seiner Bubble wieder hochholen kann. Wenn ihr keinen Gebreiter dabei haben solltet, dann solltet ihr an seiner Stelle einen Bloodhound oder auch eine Lifeline dabei haben, da sie euch auch sehr gut unterstützen können. Euer zweiter Teammate sollte dann eine Legende haben, die euch schnell von A nach B bringt und hier ist Valk, wenn ihr sie nicht selbst schon spielt, am besten, da ihr mit ihrer Ulti einfach am besten von Gegner zu Gegner kommt. Eine weitere geeignete Sache für die 20 Bombs kann der Rank-Modus sein. Hier sterben die Gegner nämlich deutlich langsamer als im Public, weswegen ihr in Rank nicht ganz so viel Zeitdruck habt und eure Chancen genug Gegner zu finden deutlich besser stehen. Dennoch eignet sich Ranked auch nur dann, wenn ihr euch in einem niedrigen Rang, also von Bronze bis Gold befindet, denn ab dem Platin-Rang spielen die Gegner meist zu defensiv und sind meist auch zu gut, um in solchen Lobbys 20 Bombs zu machen. Die letzte Sache, die ihr vor einer Runde beachten solltet oder besser gesagt könnt, ist die Map. Aktuell haben wir drei Maps, also Stormpoint, Kings Canyon und Olympus als aktive Maps und hierbei empfehle ich euch Kings Canyon und Olympus, aber keinesfalls Stormpoint. Kings Canyon ist noch relativ klein, beziehungsweise findet man dort meist immer Gegner und es hat genügend Jump Tower, während Olympus auch nicht zu groß ist, auch Jump Tower hat und auch noch ein paar Trinents zur Hilfe hat. Classes of Stormpoint auch möglich, aber halt am unwahrscheinlichsten, da die Map so groß ist und man oftmals viel zu lange über die Map läuft. Sobald Rand der Welt zurück in der Rotation ist, empfehle ich euch Rand der Welt am ehesten, da man, wenn man bei Fragment landet, eben immer die meisten Kills bekommen kann. Das war soweit auch alles Wichtige, was ihr beachten solltet, bevor ihr in eine Runde geht und somit kommen wir nun also zu dem, was ihr in den Runden beachten solltet. Hier beginnen wir natürlich mit dem Early Game. Ganz am Anfang ist natürlich der Landeort sehr wichtig. Da die Anzahl der Gegner oft die größte Hürde zur 20-Rump ist, ist der Landeort auf jeden Fall schon mal sehr entscheidend, denn wenn ihr am Anfang nicht schon genügend Kills macht, schafft ihr es halt einfach nicht auf die 20 Kills. Hier empfehle ich euch, dass ihr in den meisten Fällen einfach immer direkt am Anfang rausspringt, da dort die meisten Gegner rausspringen, weswegen ihr am Anfang direkt ordentlich Kills bekommen könnt und es danach auch nicht allzu weit zu den nächsten Gegnern habt. Versucht grob gesagt einfach immer dort zu landen, wo die meisten Gegner landen. Es gibt auf jeder Map eigentlich auch immer ein paar Hot-Tops, wo eigentlich immer einige Gegner landen. Auf Olympus ist das E-States, Hammond Labs oder auch Gärten. Auf Königsluft ist es Katalysator, Containment oder auch der Spießroutenlauf. Auf Stormpoint ist es meistens Checkpoint, die Wand, Antenne oder Barometer. Und bei Rand der Welt landen eigentlich immer die meisten Gegner bei Fragment. Hierbei solltet ihr aber auch immer darauf achten, wie das Schiff fliegt. Also wenn es beispielsweise gar nicht erst über einen dieser Orte fliegt, dann fliegen dort wahrscheinlich auch nicht viele Gegner hin. Aber wenn das Schiff über einen dieser Orte fliegt, bestenfalls sogar noch am Anfang, dann sind dort eigentlich immer recht viele Gegner. Wenn ihr letztlich irgendwo landet, wo wirklich viele Gegner sind, solltet ihr aber auch nicht zu aggressiv spielen, indem ihr als Beispiel zwischen zwei Gegnern oder zwischen mehreren Teams landet. Versucht lieber irgendwo zu landen, wo ihr garantiert schon mal eine oder sogar zwei Waffen bekommt und geht dann in die Gegner rein. Versucht euch aber auch vor allem im Early Game nicht zu lange mit dem Looten aufzuhalten. Am Anfang könnt ihr nämlich die meisten Free-Kills abbekommen, aber wenn ihr zu viel Zeit mit dem Looten verschwendet, wird daraus halt nichts. Deswegen solltet ihr euch auch mit zwei nicht so guten Waffen und einem nicht so guten Schild zufrieden geben. Die Hauptsache ist, dass ihr eine oder halt zwei Waffen habt, der Rest ist erstmal egal. Beim Landeort ist aber auch wichtig, dass ihr Hilfsmittel habt, mit denen ihr nachdem ihr alle Gegner im Umkreis getötet habt, schnellstmöglich weiterkommt. Also zum Beispiel sowas wie Jump Tower, das Portal beim Labor auf Königsschlucht oder auch Tridents. Wenn ihr Walk im Team habt oder es selbst seid, müsst ihr nicht unbedingt darauf achten, dennoch sollte sich die Walk in eurem Team lieber einen Ulti-Beschleuniger geben, damit ihr auch wirklich direkt nach dem Kampf an eurem ersten Ort auf zu den nächsten Gegner machen könnt. Das ist btw auch so ein allgemeiner Tipp, also dass die Walk eures Teams über die ganze Runde über immer ein paar Ulti-Beschleuniger dabei haben sollte. Das waren soweit auch alle Tipps zum Early-Game, deswegen kommen wir jetzt auch schon zum Mid-Game. Als erstes ist es hier natürlich wichtig, nach Third-Partys zu suchen. Wenn ihr also irgendwo Schlüssel hört, solltet ihr so schnell wie es nur geht dorthin gehen und versuchen die Kills abzustauern. Passt hierbei aber auf, dass ihr das Ganze nicht unterschätzt und zu weit reingeht, denn wenn die Gegner letztlich nur auf Distanz kämpfen und ihr plötzlich in der Mitte steht, sieht es halt eher schlecht für euch aus. Eure Teammates sollten euch im Mid-Game so supporten, dass sie die Gegner möglichst low schießen und ihr sie dann downt. Passt hierbei aber auf, dass ihr die Gegner nicht zu sehr teamshottet, denn das Risiko dazu, dass eure Teammates den Kill bekommen, ist hier einfach viel zu groß. Eure Mates sollten bestenfalls immer nur so lange auf die Gegner schießen, bis deren Schild weg ist, da man halt nie weiß, wie viel Leben sie ab da noch haben. Weiterhin solltet ihr selbst keine Zeit damit verschwenden, jeden einzelnen Gegner zu finishen, das sollten auch eure Teammates übernehmen. Es ist dennoch sehr wichtig, da dadurch dann die Kills sichergestellt sind. Falls eure Teammates versehentlich mal einen Gegner downen, solltet ihr den Gegnern kurze Zeit zum Wiederbeleben verschaffen. Selbst wenn ihr schon einige Kills haben solltet und denkt, das wird sich locker ausgehen, solltet ihr das trotzdem tun, da zur 20-Rump halt jeder Kill entscheidend sein kann und es am Ende immer nochmal sehr knapp werden kann. Oft, speziell wenn ihr third partiet, liegen gedaunte Gegner auf dem Boden rum, die weder von euch noch von euren Teammates gedaunt wurden, da sie halt von anderen Gegnern gedaunt wurden. Ihr solltet diese gedaunten Gegner so lange, wie die Gegner, die sie gedaunt haben, noch leben, aber nicht finishen, da ihr dafür natürlich keinen Kill bekommen würdet. Wenn ihr aber wisst, dass der Squad, der die Gegner gedaunt hat, tot ist, könnt ihr die Gegner finishen, denn dann bekommt ihr selbst den Kill dafür. Denkt aber dran, dass ihr und nicht eure Mates diese Gegner finishen müssen. Was auch noch sehr wichtig ist, aber jetzt nicht nur auf das Midgame, sondern auf die gesamte Runde an sich bezogen ist, ist, dass ihr nie zu aggressiv spielen solltet. Ihr solltet wirklich immer so gut wie es geht sicher spielen und kein Risiko eingehen. Halt euch möglichst immer komplett voll und lauft niemals zu dritt alleine in ein Team, nur weil es gerade mal gut läuft und ihr angenommen mal die vorherigen Gegner auch alleine geholt habt, sondern spielt sicher und lasst euch von euren Mates helfen. Klar habt ihr bei 20 Bombs extrem einen Zeitdruck, aber wenn ihr vorher eh sterbt, schafft ihr es ja so oder so nicht. Eine weitere Sache, die im Midgame sehr, sehr wichtig ist, ist euer Lootverhalten. Hier ist auch wieder ganz wichtig, dass ihr niemals zu lange lootet, sondern wirklich nur das Nötigste mitnehmt. Die Hauptsache ist hier, dass ihr ein gutes Schild, zwei Waffen, Munition, einigermaßen Heilung und vielleicht ein paar Aufsätze habt, also wirklich nur das Nötigste von allem. Wenn ihr das alles habt, dann braucht ihr, nachdem ihr einen Squad getötet habt, nicht mal in die Deathboxen schauen, denn es kostet halt nur unnötig Zeit. Außerdem braucht ihr nach einem Kampf nicht immer unbedingt euer Schild heilen, nur weil jetzt angenommen mal 300 Schaden auf dem Schild mehr sind, als auf dem Schild, was in der Box liegt. Versucht zusammengefasst also einfach immer nur das Nötigste mitzunehmen. Im Notfall können eure Teammates ja auch etwas Heilung oder Munition für euch mitnehmen. Eine weitere sehr wichtige Sache ist, welche Waffen ihr spielt. Hier eignet es sich immer sehr, wenn ihr eine Waffe für die mittlere Distanz, wie zum Beispiel die Hemlock oder die R301 habt, um Gegner auf mittlere Distanz zu downen und als Zweitwaffe auf jeden Fall eine Nahkampfwaffe wie die A99, die Brawler oder die K habt. Am besten ist es aber, wenn ihr einfach die Waffen spielt, die ihr am besten könnt, jedoch solltet ihr auf jeden Fall keine Sniper, aber dafür wie gesagt auf jeden Fall eine Mitteldistanzwaffe dabei haben. Nun kommen wir zum letzten Teil und zwar zum Endgame. Hierbei geht es, wenn nur noch ein Squad am Leben ist und euch nur maximal 3 Kills zur 20-Bomb fehlen, nur noch darum, dass ihr es so sicher wie möglich gewinnt und halt alle Kills selbst abbekommt. Falls ihr jedoch mal nicht in solch einer Situation seid, dass euch die Kills vom letzten Squad ausreichen, gibt es auch hierfür eine Option, wie ihr die 20 Kills noch erreichen könnt. Ihr könnt das Ganze so machen, dass ihr je nachdem, wie viele Kills euch noch fehlen, einen oder zwei der Gegner downed und finished. Danach lauft ihr weg, aber wirklich so weit wie es geht weg und lasst dem letzten Gegner Zeit zum Respawn. Falls mal kein Respawner mehr in der Zone sein sollte, solltet ihr versuchen, einen mobilen Respawner in der Nähe der Gegner zu platzieren. Hierfür könnt ihr sicherheitshalber auch direkt, wenn ihr im frühen Rundenverlauf seid und einen mobilen Respawner findet, diesen für später mitnehmen. Falls ihr mal keinen Respawner haben solltet, könnt ihr immer noch schauen, ob ihr einen Respawner in einem Care-Paket findet oder ob er in irgendeinem Replikator hergestellt werden könnte. So, und das waren soweit alle Tipps und Tricks zur 20-Bomb. Ich weiß, letztendlich sind diese Tipps und Tricks leichter gesagt als getan und es kommt immer noch extrem auf Glück an. Ich denke aber, dass es mithilfe dieser Tipps fast jeder von euch schaffen kann. Wenn ihr nun versuchen solltet, auf die 20-Bomb zu spielen, dann kann ich euch aber jetzt schon mal sagen, dass jeder von euch Geduld braucht, da es sicherlich nicht nach den ersten 5 Versuchen getan ist, dass es höchstwahrscheinlich Stunden oder vielleicht sogar Tagezeit in Anspruch nehmen wird. Wie dem auch sei, wünsche ich euch hierbei auf jeden Fall ganz viel Glück. Aber gut, ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall war, dann lasst es mich sehr gerne mit einer Bewertung oder einem Kommentar wissen und ja, danke fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.